Was geht auf, Leute? Wir zocken wieder GDA mit einfach geilen Gamern und zwar mit Dalu und Maru und Anne und Glocke und Kondra, Niel, Sachse, Alex, Payne und Idaf, Salou. Hallo, Julien. Der erste ist ein Hallo. Das ist auch ein geiler Team. Ich bin Pink, Leute. Auch ein geiler Gamer. Jetzt sind nicht Halukart. Genau, welche Farbe du hast. Halukart. Wo ist Alex? Alex ist zwei vor mir. Alex ist weiß. Weißer haben wir ihn. Da vorne. Wir sind gleich vernichtet von links und rechts. Hallo, nicht grün, weiß. Ich kenne das Spiel. Oh nein. Hey, hör ja Falsche. Oh, ich lebe da. Ich auch. Noch? Alex hat schon wieder raus vorne. Oh, wir sind in der Luft, Leute. Über den Wolken. Über den Wolken. Eieiei. Muskel 3. Alex darf wieder ein Bein auslaut sein. Yes. Alex, wir sind an der Spitze. Oh Gott, Juli, hast du Platz? Warum ist das so schlimm? Mein Monitor ist kaputt. Hier ist alles schief. Ich gönn mir. Ich schaff's nicht. Dalo, sorry. Nein, Mann, wer hat das denn jetzt wieder nicht in die Bein? Nein. Ich habe die Jahre geflogen. Ich war gerade gar nicht mehr da. Ich habe mich so schön gefangen. Es gibt neue Schrecken, kann das sein. Ich mache Platz. Juli! Du Mist, du elendest. Oh, hey. Ich habe Platz gemacht. Ich habe Platz gemacht. Aber das war doch gar nicht hin. Let's go. Oh, nein. Yes. Nein. Das sah geil aus. Komm vorbei, Anne. Warte, ich versuche gerade zu bleiben. Das ist nicht so einfach, wenn man besoffen ist. Wow. Mit einem Grand. Ich habe extra nichts gesagt. Hello. Boah, ey, wie die Szene bei Shining war das jetzt. Hallo. Holy shit. Alter. Oh, die Brücke. Oh. Oh, fast. Alter, fast den Kopf gestoßen, war? Ja. Da hat ein bisschen Angst. Nack, nack. Ich bin vorbeigefahren. Er ist vor dir. Ich habe dich normal überholt. Was ist das hier? Alter, alles rausheu. Das war Kollateralschaden. Cola. Ich kenne die Strecke nicht mal. Alles gut, Anne. Lass dich jetzt fehlen. Jetzt schläg dich ja an. Alex muss man noch rauskommen. Das steht in den Regeln. Aber, aber, aber. Gleich passiert eh wieder irgendwas Schlimmes. Ja. Irgendwas Schlimmes. Guck mal, Alex ist schon raus. Aber das ist ja was Gutes. Ich habe gerade sogar gebremst, damit ich nicht drauf fahre. Ich wollte das nicht messen. Ihr seid halt so langsam. Was soll ich machen? Kondan, sag mir doch mal immer, wenn eine Kurve kommt, bitte. Holy shit. Da vorne ist Alex, oder? Ja. Angriff. 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 Der Sprung der Sprünge. Blocke, es kommt eine Rechtskurve. Okay. Das war ja schön ankündigt. Nach dem Buch noch mal eine Rechtskurve. So, danach folgt eine Linkskurve. Ey, Alter, die hat doch eine Minikarte. Okay. Und dann noch eine Linkskurve. Okay. Anonymous. Anne, go. Anne, los. Erster Platz. Los, Anne. Anne, los. Go, go, go. Ich will nichts verhindern. Das war der nötige Boost. Anne, ich hab dich angeschoben. Los, Anne. First Place. Anne, jetzt komm. Anne. Anne, ohne die muss. Anne. Yeah. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, Anne. Nice. Woo. Was? For real jetzt? Das ist krass. Ja, das ist for real. Du bist the first place. Gut, dass das Rennen so krass war. Das hätt ich noch verkackt, oder? Irgendwie. 4 Minuten Rennen. Ja. 9. Da war es ja Let's It. Wow. Mein zweiter Sieg von 230. Bei mir ist noch schlimmer, Anne. Bei mir ist noch schlimmer. Ich hab dich das nicht gewonnen. Die Anne hat's geschafft. Allerletzten Rennen hab ich's gar abgeschoben. Anne, jetzt dein Moment. Ooooooh. Oh, mein erster Sieger-Screen. Ist das nicht cute? Dein zweiter eigentlich. Eins? Ja, aber da haben wir das Ganze abgebrochen, weil alle angepisst waren. Letztes, die uns gewonnen haben. Oh. Hat mir das wohl nie gezeigt? Nein. Das hat keiner gesehen. Außerdem hat man... Also, da würde ich mich schon hart gemobbt fühlen. Das ist mein erster echter Win. Wow. Juhu, Anne. Ach ja. Was macht Payne eigentlich da oben? Nein. Er redet nicht und fährt einfach nur. Weil er nicht spricht. Der lässt seine Freundin fahren. Der ist gar nicht da. Der hat sein Headset irgendwo mit. Ist auf der Straße gerade. Der lässt sein Goldfisch fahren. Der spielt gerade Pokémon Go. Ja, brauchst du dich, weil es welches wobbelt. Oh, das ist das Tron im Tron. Machen wir den Senf oder was? Jetzt hab ich so einen Lila gepickt. Ich nehm den Senf. So, Kundran, dann noch mal. Ich nehm den Senf. Ich nehm den Senf. Ich nehm den Senf. Kann das sein? Ne, ne, ne. Hätte jetzt vorhin jemand auf mich gewettet, ne? Ihr hättet dick kassieren können. Dick. Aber nicht stich dick. Was hast du für ein Senf dahinten? Oder ist das der Sachse? Das ist der Sachsen-Send. Hab ich das eigentlich gerade richtig? Die Blut der Arbeiter mit eingearbeitet. Ich hatte ganz recht. Kundrand, rechts. Ja, ja. Nur bei Kundrand wohlbekommen. Ja! Das könnt mich machen. Nils, du sagst aber noch. Katze! Nein, du hast das einzige Outfit, das gut aussieht beleidigt. Das stimmt, du siehst noch mal einen anderen. Halli, hallo! Wow! Wer hat mich nur in der Luft getroffen, ey? Da ging einiges zu Bruch, da ging einiges zu Bruch. Da ging eins. Gleich der Pain! Wow! Wow, was war das? Juhu, Leitflakke, was geht? Ich hab dir voll den Bus gegeben, ne? Hehehe. Dreckigste Lache-EU-West, ey. Was darfst du für'n Senf machen? Ich hätte die gern als WhatsApp-Ton. Als WhatsApp-Ton. Als WhatsApp-Ton. Wow! Wer war die Gurke? Wer war grün? Ich. Meine Gurke. Ich war da... Oh, jetzt haben wir hier den Burger auf der rechten Seite. War mehr Senf! Meine Rache wird... Mach die Gurke weg! Doch, Juli ist das Brot, die ist brav. Ja... Immer noch. Schmeiß das Gürkchen weg! Nein! Das Gürkchen greift jetzt an! Mach das Gürkchen weg! Naja, aber wir haben hier auch kein Brustchen, gar nichts. Die erste war ja gleich, also... Wir waren nun mal vorne, wir konnten... Ja... Da vorne sind sie, ey, Gürkchen! Los, mehr Senf! Wir brauchen mehr Senf! Ich bin, ähm... Ich hab Sen! Und dran ist Delfineis! Das bist du, Waldmeister! Schlumpfkacke! Schlumpfkacke hat er! Man hält ihn auch schlimm. Werden Gurken auch blau, wenn man die in Finte macht? Alle verblau, wenn du sie in Finte machst. Nein, wir werden... Gurken werden auch blau, wenn du die ja drosselst! Was, wenn man die ja noch Topsis gibt? Wer wollte da nach rechts? Wer wollte da nach rechts? Ich wollte da eigentlich nach links! Äh, ja, ich wollte auch sagen, wer wollte da nach links? Das war ich! Es tut mir leid! Alles gut, ist ja nix passiert! Ja, ne, einer ist weggeflogen! Hier kommt bloß nicht mehr Rammermann raus! Das ist so! Wow! Das Motorrad ist so gut einfach! Wie bist du da hochgeflogen? Keine Ahnung! Jetzt überhoben mich gleich wieder alle? Das ist das geilste Motorrad ist, ey! Die sind an der Stelle, was... Items hat er voll reingehämmert, ey! Nein! So gescheißen dich! Drucken Stäbe! Oh, oh, oh! Hättest du das nicht irgendwann anders passieren können? Gott, wo steht das denn? Aber ich war grad so übel schnell! Nein! Boah, ich bin auf dieser Strecke immer so schlecht! Senf Crossing! Senf Crossing? Senf Crossing? Klingt doch von deinem Kopf! Das hört dir wie es dann fehlt es an! Senf Crossing.de! Deine Seite für den Senf! Für Gewürze mit Niveau! So viele gibt's da nix! Oh, die abgezogen auf der Seite ist schlecht! Wow! Danke, Alter! Das war gut! Dankeschön! Sag mal, Nils, du hast aber deinen Kanalnamen damals auch mal von dem Spiel abgeküpfert, oder? Achso, von dem! Ne, die haben das von mir abgeküpfert! Ah! Ist ja logisch! Macht Sinn! Da hättest du drauf kommen können! Ey, welcher Senf ist das hier, Alec? Was ist das hier? Alter, man muss das Motorrad beim Stehen! Ja, du musst... Ist das einfach schneller als Erster! Warum? Komm, Alec! Achso, ich hätt wieder Eis können jetzt! Oh, da hätt ich ne Mitte nehmen! Ich dachte ich auch! Wir müssen mal nen Ketchup auseinander nehmen! Ah, jetzt werden wir ja! Jetzt kommt der ja! Komm, den machen wir den! Hier unten, Alter! Okay! Einer links, einer rechts! Okay! Jetzt haben wir ihn! Ja! Dann den! Oh, der Aussi-Senf greift mit an! Der Aussi-Senf! Gibt ich sauer, oder was? Oh, nein! Ich glaub nur sauer! Ich glaub nur sauer! Ich glaub nur sauer! Das ist der gute Bounster-Senf! Das ist der gute Bounster-Senf! Das ist der gute Bounster-Senf, der Assi! Das ist auch einfach wieder alle, ey! Es gab doch auch früher so einen grünen Ketchup! Es gibt nur grünen Senf! Es gibt alles! Gibt auch süßen Senf! Ich bin die Einwohner! Da gibt's lebensmittelfarbige Süße-Senf! Da gibt's glaub jeden farbigen Senf! Es können keineximalärer werden! Es ist dieser sogenannte Piss-Gelper! Nein! Du blöd Süße-Senf! Ja, da kann ich ja wohl nichts für! Du blöd mismas! Also, auch, dass ich da getroffen hab, kann ich da ja wohl nichts für! Na ja! Top 10 Anime-Ag trends! Oh mein Gott! Das Spiel kannst du dir entscheiden, von wegen es Wins schon hat?! Wow! Dr. Come on! Der eine wollte nach links, der andere wollte nach rechts! Schönes Senf-Überhol-Manöver gerade von Baden-Kart. Und die Gewürze. Er ist auf der Übersenf-Spur. Gib mir Windschatten. Senf. Dafür müsstest du nehmen. Ja, Senf oder Windschatten. Er ist doch Senf schuld. Das war Alex. Das war Alex. Das war ich gerade das letzte. Warum? Ist das jetzt die letzte Runde? Nee, vorletzte. Wow, es geht einfach ewig. Das ist aber die ganze Strecke. Nein, das sehe ich. Man muss nicht bremsen, das ist gut an der Strecke. Ja, fahren wir lang da, Luf. Ey, Anne. Ich muss mir die Bewerbung deinen Ingame-Charakter nehmen. Der Arsch ist breit, Wahnsinn. Tja. Jetzt ist das Video wieder nicht werbefrei. Dankeschön. Ich krieg dir sowieso nicht, weil das hier gewaltfreiheitlich ist. Und ich hab Einleidungen gemacht. Ja. Ja. Die Gurke greift an! Da, wo kommt der Ketchup? Wo kommt der her? Das war Pain, oder? Nee, du bist einfach nur an der Seite geflippt. Nee, mich hat jemand geschubst in die Leitkranke. Soll in den besten Haushalten vorkommen. Genau. Dass der Senf schlecht wird. Du musst doch wieder sagen, du bist gegen den Trank gefallen. Ja. Oh, ich bin hingelaufen. Ah, ich bin die Treppe runtergefallen. Ehrlich. Oh. Hier kommt der Senf again. Huiiii. Uh, bin Schatten. Hier kommt der Senf. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Wer ist denn mal hin um mir geblieben? Wer ist denn mal hin um mir geblieben, Junge? Hallo! Das war nur Zeuge. Ich bin komplett weggeflogen. Wieso denn schon wieder, wir beide? Du hast wieder schon komplett ausgebremst. Was hast du denn gemacht auf Unterwegs? Oh. Dachse, jetzt warte auf mich. Ich halte ihn dann fest, oder so. Zieh am Trikot. Was ist Dachse eigentlich? Ist er die Saust, oder was? Dachse, siehst du auch. Ich bin orange. Wuuuh. Cooler Stunt, Sen. Oh, das wird nix mehr, leider. Letzte Runde. Oh, ne doch noch nicht. Oh, ne doch noch nicht. Oh, nächster werden DC, das kennen wir ja. Oh, nein. Nein. Nein, ist ein Platz gewonnen. Oh. Ich bin wieder weg, Mann. Oh, ne Verzichtung. Wieder erster und dann weg. Erst werde ich letzter weg machen. Hier, oh, hier liegt ein rotes Motorrad. Wenn du ganz rechts herst, wenn du links willst, auch gewinnen. Nein, du sagst sowas Grünes gewinnen. Ja! Oh, Gott. Wuuuh. Habe ich's dir Anne sogar noch geholt? Emotionen kommen hoch. Alles, alles nur wegen Maru. Jeder Erste. Oh, Maru, schon wieder? Ist für mich ein Schreiber. Anne fährt ganz links. Scheiße, ich nach rechts rüberfall. Was wurde das? Julie, was machst du da? Warum fährst du es auch alleine? Aber am Ende kommt das Brot. Julie hält sich an den Leitspruch, Leitplanken leiten. Ich dachte, da wird es ja auch links, weil das wird gegenseitig noch einen Fuß geben können. Komm, Leitplatz, was? Ja. Was denkst du, wenn es die es sonst gibt? Ich beeile mich. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Das müssen wir jetzt sowieso erst mal sehen hier. Oh, ich habe einen Blackscreen. Scheiße. Sieht der doof aus. Du bist die Krawatte. Ach, jetzt bin ich wieder in-game. Ist was passiert? Man weiß ja gar nicht, wie ich aussehe. Ich habe eine Maske auf. Wer war dran, Julie? Ich. Leute, lasst ein Like da und schau bei den anderen rein. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.